Der Sicherheits-Podcast. Der einzige Podcast für deine persönliche Sicherheit. Von Taurus Sicherheitstechnik. Ein herzliches Hallo an unsere Podcast-Zuhörer und Zuschauer auf YouTube und Hallo zu einer weiteren Folge von der Sicherheits-Podcast. Heute bei uns der lieber Peter Fleischmann von Optimal mit H geschrieben. Hallihallo Herr Fleischmann. Danke für die Einladung. Freut mich, dass Sie heute bei uns sind und wir haben heute das Thema Lebensmittelsicherheit. Lebensmittelsicherheit, wie wir jetzt in unserem Vorgespräch schon festgestellt haben, hat ja auch sehr viele Facetten und das kann in sehr viele verschiedene Bereiche gehen. Und wir haben gesagt, wir nehmen uns einmal zwei Bereiche her. Wir gehen ein bisschen drüber über den Bereich Lebensmittelsicherheit in der Produktion von Lebensmitteln und dann in weiterer Folge gehen wir rein in die Lebensmittelsicherheit in der Versorgungssicherheit. So, muss ich noch kurz auf unsere Stoppuhr drücken, dass ihr einen Plan habt, wie lange wir sind. Ja, Fleischmann fangen wir vielleicht einfach mal damit an. Was ist denn das Kerngeschäft von Optimal? Was machen Sie und wie können Sie Ihren Kunden helfen? Optimal als Beratungsunternehmen fokussiert sich vor allem darauf, Unternehmen, das sind Gewerbebetriebe, Industriebetriebe, dabei zu beraten, wie sie Dienstleistungen oder Leistungen innerbetriebliche für Mitarbeiter anbieten können. Das können jetzt Gesundheitsleistungen sein, das können aber auch Verpflegungsleistungen sein. Das ist eine unserer großen Schwerpunkte Betriebskantine oder sowas. Schwerpunkte wie Betriebskantine, Betriebsrestaurants, da gibt es natürlich viele Facetten. Das Hauptrestaurant natürlich von Coffeeshops über Kommunikationsmöglichkeiten, innerbetrieblichem Austausch und allem, was da rundherum so macht. Da fällt mir klein bei dem Thema so ein Hub wie beim Erste Bank Campus, wo ich mehrere Restaurants, Coffeeshops und so weiter habe. Ja, aber es spielt sich natürlich auch viel ab im Bereich Kommunikation bei Meetings oder Teamwork, Zonen etc. Da gibt es natürlich sehr viele Bereiche. Okay, sehr spannend. Dann gehen wir mal in das erste Thema rein, wie wir gesagt haben, Lebensmittelsicherheit in der Produktion von Lebensmitteln. Ich glaube, das ist schon etwas, was sehr viele in der Bevölkerung oder auch von unseren Zuhörern schon noch interessiert. Wie wird denn sichergestellt, dass auf der Wurst oder auf dem Käse, den ich dann im Supermarkt kaufe, dass da keine Keime, Viren etc. drauf sind? Was gibt es denn da für Möglichkeiten in der Produktion, wie man sowas präventiv verhindern kann? Für Lebensmittelproduktion gibt es ja strenge Gesetze und Regularien auf verschiedenen Ebenen, sei es jetzt auf EU-Ebene, aber auch, und das auch schon früher auf nationaler Ebene, beschäftigt sich sowohl mit dem Umfeld der Produktion, also wir müssen Räume beschaffen sein, wir müssen Maschinen und Anlagen beschaffen sein, wir müssen Prozesse definiert werden, ganz klare Konzepte, um hier kritische Punkte abzubilden und ganz klar festzulegen, wie werden Risken hier unter Kontrolle gehalten oder wie werden Risken in Grenzen gehalten? Natürlich auch, was die Personalhygiene betrifft. Ich wollte gerade sagen, wann muss ich Schutzkleidung tragen, wann muss ich mir die Hände desinfizieren? Das beginnt nicht erst im Produktionsprozess selbst natürlich. Personalhygiene beginnt ja bereits bei der Gesundheit des Mitarbeiters, der Mitarbeiterin, zu Hause oder beim Betreten eines Unternehmens, des Produktionsstandortes. Also welche Untersuchungen müssen gemacht werden, welche Nachweise müssen erbracht werden, da gibt es zwar immer wieder Schwankungen, aber grundsätzlich ist das eine durchgehende Kette. Dass auch keine erkrankten Mitarbeiter zum Beispiel an die Produktionsdiensteine kommen. Dann gibt es Sicherheitsschleusen, Hygieneschleusen, die Mitarbeitende durchlaufen müssen, um überhaupt in den Produktionsbereich hineinkommen zu können. Das gibt es Vereinzelungssysteme zum Beispiel. Also wenn Sie halt in einen Produktionsbereich hinein möchten, müssen Sie über einen Schranken oder durch einen Schranken durchgehen, der sich erst öffnet, wenn Sie sich die Hände gewaschen desinfiziert haben, dürfen das natürlich nur mit der richtigen Bekleidung machen etc. Da haben wir auch gerade ein spannendes Projekt bei so einem Produktionsbetrieb, wo wir genau solche Personenvereinzelungsschleusen liefern, eben mit einem automatisierten Desinfektionsmittelspender, jetzt auch durch Covid mit so Fieber-Screening-Terminals, wo ich auch Fieber gemessen bekomme. Und erst wenn ich das quasi durchlaufen habe, dann kann ich wirklich rein, dann geht die Türe auf. Sehr spannend und ich glaube, wir haben ja vorher ein bisschen darüber gesprochen, es gibt ja auch noch die speziellen Belüftungsanlagen, UV-Licht etc. Vielleicht können wir da noch ein bisschen drüber streuen. Es geht natürlich immer generell um die Keimeinbringung bei der Lebensmittelproduktion und ob der Keimhuckepack mit dem Mitarbeiter, mit der Mitarbeiterin hereinkommt oder aus anderen Quellen kommt, es gilt diese Quellen unter Kontrolle zu halten und die Vermehrung von Keimen. Also wenn man den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, die wir schon besprochen haben, jetzt einmal außen vor lässt, gibt es natürlich im direkten Produktionsumfeld auch noch sehr viele Quellen, wo Keime, meistens Bakterien, entstehen und sich vermehren können. Da geht es auf der einen Seite um die Temperaturkontrolle von Produktionsräumlichkeiten. Das macht einen Unterschied, ob eine Produktionsräumlichkeit wie in einem Fleischereibetrieb zum Beispiel vielleicht abgekühlt ist auf 8 oder 10 oder 15 Grad. Ich würde gerade sagen, da ist es wahrscheinlich eher frisch. Oder ob es auf der grünen Wiese irgendwo in einer Lagerhalle knackige 40, 50 Grad hat, wenn die Sonne im Sommer drauf scheint. Ja, diese Wurst oder Käse möchte ich dann wahrscheinlich eher nicht essen. Und darum geht es natürlich darum, die Gebäudesicherheit soweit herzustellen, dass einerseits von der baulichen Struktur, von der Oberflächenstruktur, von der Möglichkeit, Oberflächen auch zu reinigen und dann natürlich auch über die Temperatursteuerung und die Belüftung, was auch sehr wichtig ist, Be- und Entlüftung. Denn Keime werden durch die Lüftungsanlagen natürlich potenziell in die Gebäudeteile verteilt und verbracht. Und das muss natürlich auch verhindert werden. Und da gibt es auch Möglichkeiten, nicht nur durch die Temperatur der Luft die Keimvermehrung hinter anzuhalten und durch die gute Durchlüftung, sondern diese Luft auch zu entkeimen, wenn notwendig ist, durch Filteranlagen oder durch UV-Anlagen und ähnliche Anlagen. Genau, das UV-Licht, wie man es jetzt auch, ich sage jetzt einmal, ein bisschen weitläufiger kennt, durch Covid, wo jetzt Luftreiniger etc. viel aufgekommen sind. Das gibt es ja nicht erst seit gestern, sondern gerade in Produktion und Industrie wird das ja schon durchaus sehr lange eingesetzt. Ja, also in Wahrheit gibt es weder Corona-Keime, also natürlich nur Corona-Viren gibt es nicht seit gestern. Vielleicht nicht diesen, unter dem wir jetzt so leiden, aber auch alle anderen Aspekte gibt es natürlich schon lange und sehr viele Technologien, die sich mit dem Thema Keime, Viren, Bakterien und deren Vermehrung beschäftigen. Sehr, sehr spannend. Alleine über das kennt man ja schon auch noch stundenlang oder tagelang philosophieren und einige Podcast-Folgen füllen. Na super, perfekt. Ich glaube, das war jetzt alles als Einblick perfekt in die Produktion von Lebensmitteln. Und jetzt gehen wir vielleicht, jetzt machen wir den Schwank hin zur Verpflegungssicherheit, zur Betriebssicherheit. Sie haben ja auch einiges an Unterlagen vorbereitet. Vielleicht wollen wir da ein bisschen reingehen und so eine Kernfrage, die mir da einfach jetzt für Betriebe gleich im Sinn geblieben ist, war, was sind die Hauptassets betrieblicher Verpflegung? Was ist da für mich als Betrieb wichtig und wie kann ich das dann sicherstellen? Auf was gibt es da Acht zu geben? Ja, die Grundfrage ist, was ist für Sie als Betrieb wichtig? Nicht nur bei der Verpflegung, sondern generell. Wirklich wichtig für Sie ist, dass Sie ein Unternehmen führen, das handlungsfähig ist und das marktfähig ist. Das heißt, Sie setzen da wirklich sehr tiefgründig an in der Beratung. Müssen Sie. Man muss ja realistisch sein, es ist ja nicht alles nur aus altruistischen Motiven, was heute in der unternehmerischen Welt abläuft, sondern es geht darum, ein Unternehmen erfolgreich zu führen. Und das muss handlungsfähig sein. Und handlungsfähig ist ein Unternehmen in der Regel dann, wenn die Mitarbeiter gesund, leistungsfähig und auch leistungswillig motiviert sind. Und Verpflegung ist natürlich ein Grundbedürfnis. Also Essen und Trinken ist unser wichtigstes, oberstes Bedürfnis nach Atmung. Aber die Atmung muss ich nicht zur Verfügung stellen als Unternehmer. Das können Mitarbeiter ganz gut selbst. Das heißt, das nächste Thema ist dann schon im Kopf aller Menschen, wo kriege ich was zu essen her. Das kommt noch weit vor, wo kann ich wohnen, wo kann ich meine Freizeit gestalten oder was sonst. Das heißt, Verpflegung hat in unseren Köpfen einfach ein ganz großes, wichtiges Thema. Und da dreht sich natürlich jeden Tag auch, drehen sich die Gedanken darum. Und das merkt man in jedem Unternehmen, egal ob es jetzt eine Möglichkeit einer Kantine, eines Betriebsrestaurants gibt oder nicht. Die erste Frage ist in der Früh, was gibt es zu essen, was isst du? Also das ist ein wichtiges Thema. Das ist wirklich ein Kernthema. Und einerseits hat es natürlich, einerseits hat es diesen Motivationsfaktor, den man im Unternehmen nicht unterschätzen darf, der sehr oft unterschätzt wird, weil Kosten für Verpflegung anteilsmäßig an die Gesamtkosten eines Unternehmens, wo es um teure Rohstoffe geht, um Produktionsinfrastruktur, um Abschreibungen, um Personalkosten, da macht ja Betriebsverpflegung nur einen ganz kleinen Teil aus. Man unterschätzt aber oft, wie wichtig das ist für die Belegschaft und die Motivation. Und das Zweite ist natürlich, und da kommen wir zum Sicherheitspunkt wieder, ist Hygiene, Lebensmittelsicherheit und die Einsatzfähigkeit der Mitarbeitenden. Denn egal, ob ich jetzt im Unternehmen ein Betriebsrestaurant habe oder nicht, irgendwo müssen sich die Mitarbeiterinnen verpflegen. Das ist korrekt. Ja, das ist dann entweder durch Mitgebrachtes, durch das Betriebsrestaurant im Haus oder im Außerhaus. Und der teuerste Mitarbeiter oder die teuerste Mitarbeitende sind bekanntlich Mitarbeiter, die krank sind. Wenn man davon ausgeht, dass ein durchschnittlicher Mitarbeitende vielleicht 200 Euro am Tag an Kosten verursacht, ja, da ist natürlich der Einsatz von Mitarbeiterverpflegung vielleicht, die wenige Euro kostet. Vielleicht eine gute Investition, muss nicht sein. Das heißt, es geht zum einen darum, quasi sicherzustellen, zum einen natürlich auch sicher, was man isst, dass das Ganze gesund ist und man halt nur Brötchen in sich hinein isst. Und zum anderen aber auch sicherzustellen, dass die Lebensmittel quasi in guter Qualität, ich sage jetzt einmal im schlimmsten Fall nicht verdorben etc., wieder ohne Keime etc., beim Konsumenten, beim Mitarbeiter ankommen. Und ja, auf der anderen Seite ist, stelle ich mir jetzt vor, ein Betriebsrestaurant oder eine Betriebskantine, wir selbst haben sowas ja noch nicht, dafür sind wir noch zu klein, aber kommt schon noch, ist sicher auch ein wichtiger Part. Auch, dass ich mir als Mitarbeiter eben nicht Gedanken machen muss, wo kriege ich heute mein Mittagessen her, sondern ich weiß, okay, ich habe da meine Menüauswahl. Im Optimalfall ist es auch noch günstig und gut bepreist, weil das ist ja in der Regel, so wie ich es kenne von den Betrieben, ist es einfach ein Durchlaufposten, wo man zu Selbstkosten das dann weitergibt. Steuerlich absetzbar. Steuerlich absetzbar, ja, ist sicher auch für viele ein Faktor. Ja, und da kann ich mir schon vorstellen, dass das einfach viele Vorteile dann hat. Es gibt sicher zwei große Schwerpunkte dabei. Das eine ist der Motivationsfaktor, den man nicht unterschätzen darf in einem Unternehmen, der die Zusammenarbeit auch fördert, denn in Wahrheit, wenn Mitarbeitende zum Mittag in die Kantine essen gehen, worüber sprechen sie? Natürlich auch über Privates, aber in 90 Prozent der Fälle, haben Untersuchungen ergeben, sprechen sie über die Firma. Das heißt, es wird auch die Zusammenarbeit innerbetrieblich über Abteilungsgrenzen hinweg sehr stark gefördert. Und das Zweite ist, wie Sie es angesprochen haben, die Sicherheit und die Hygiene in der Mittagsverpflegung. Viele Menschen werden das kennen. Sie waren zu Mittagessen und am Nachmittag das sogenannte postbrandiale Foodcoma setzt ein. Ja, das kennt man. Die Verpflegung war vielleicht nicht optimal, hat super geschmeckt. Vielleicht die Riesenportion an Tiroler Käseknöpfle oder sonst was, wenn ich alle Tiroler schlagen jetzt für Knöpfle habe. Genau. Also da hat man natürlich als Unternehmen einerseits, was die Gestaltung der Produkte betrifft, wenn man Betriebsverpflegung im Haus hat, sehr gute Lenkungsrechte oder Möglichkeiten, hier Einfluss zu nehmen, dass Mitarbeitende gesund verpflegt werden. In einem Sinn, dass sie auch am Nachmittag die zweite Hälfte des bezahlten Arbeitstages noch aktiv verbringen und nicht nur mehr zwischen Kaffeemaschine und im schlimmsten Fall als WC pendeln, weil vielleicht doch irgendwas nicht gut war. Denn bei Verpflegung außer Haus, wenn die Mitarbeitenden ins Gasthaus gehen müssen und sich in einer Supermarktkette anstellen und dort irgendeinen Weckerl kaufen, habe ich als Unternehmen überhaupt keinen Einfluss. Weder aufs Angebot noch auf die Hygienesituation, nicht mit wem sich die Mitarbeitende mischt dort, kann ich nicht beeinflussen. Das kann ich natürlich beim eigenen Betriebsrestaurant sehr gut steuern und damit natürlich auch mehr Sicherheit schaffen, wenn es darum geht, dass ich gerade in Zeiten wie diesen, aber nicht nur mit Covid, sondern in jeder Grippesaison haben wir dasselbe Problem, anstecken und dann Mitarbeiterausfälle produzieren. Das kennen natürlich auch wir, Krankheit, Ausfall durch Krankheit ist natürlich das Blöderste für den Betrieb als auch für den Mitarbeiter, wenn er seinen Job gerne macht. Wir haben auch schon immer wieder geglaubt, verdammt, warum bin ich krank? Wie soll ich was tun? Ich mag arbeiten. Für Mitarbeiter ist es natürlich sehr unangenehm, krank zu sein. Gott sei Dank haben wir soziale Systeme, die uns dabei helfen. Entgeltfortzahlung, entsprechendes Angebot an Gesundheitsversorgung, das ist gut so und wichtig. Dafür zahlen wir gut und gerne Steuern und Beiträge. Für ein Unternehmen kann es letzten Endes aber existenzbedrohlich sein. Und das sollte man natürlich auch immer im Auge behalten und entsprechende Maßnahmen ergreifen und einfach mal konzeptionell überlegen, was bringt mir Verpflegung im eigenen Haus, welche Sicherheit möchte ich, brauche ich, kann ich schaffen und was kostet es im Gegenzug dazu. Also reine Kosten-Nutzen-Abringung natürlich. Genau, und dahingehend möchte ich jetzt noch eine Frage stellen, und zwar, was ist kostengünstige externe oder interne Betriebsverpflegung? Das gibt eine typische, das kommt darauf an, Antwort. Das ist so, wie man fragt, was kostet ein Auto. Was kostet ein Auto, genau. Oder in unserem Fall, was kostet ein Video-Werrochen. Richtig. Also das kommt natürlich immer darauf an, man darf es nicht von der falschen Seite aufzahmen. Ich muss zuerst das Ziel definieren und mich nicht damit beschäftigen, was kostet ein Stück Speise am Teller, sondern es geht darum, was möchte ich damit erreichen. Möchte ich die Krankenstandstage in meinem Unternehmen um 10% senken? Möchte ich die Mitarbeitermotivation, die gemessene, um 10% im Jahr steigern? Oder die Produktivität. Möchte ich die Produktivität steigern, möchte ich Ansteckungsrisken verhindern und wie bewerte ich diese auch wirtschaftlich? Denn wenn ich nur sage, jetzt muss ich ein paar Euro ausgeben als Unternehmer für Essen, was bringt mir das? Ja, kann man darstellen. Da bedarf es allerdings einer Standardanalyse, klingt vielleicht jetzt ein bisschen dramatischer als es ist, aber man muss sich den Standort und die Bedürfnisse ansehen, denn grundsätzlich das Angebot an Mitarbeiterinnenverpflegung ist, um einige Euro pro Mitarbeiter pro Tag durchaus zu haben. Und wenn man das dann in Relation setzt zu dem Nutzen, muss man sich anschauen. Was kann man da so, wenn wir jetzt schon bei einigen Euro waren, was kann man da so als Daumen mal Pi-Richtwert nehmen? Kostet es 3 Euro, 10 Euro, 30 Euro? Da sind wir jetzt wieder bei dem Autobeispiel, nicht? Kommt natürlich darauf an. Kommt jetzt darauf an, erstens auf das Konzept. Habe ich ein Frischküchenkonzept, habe ich ein Konzept, wo es Anlieferungen gibt. Das heißt, die Speisen werden fertig angeliefert und dann nur ausgegeben. Da gibt es vom VW Käfer bis zum Rolls Royce, gibt es alles. Aber wenn man natürlich in einem vernünftigen Bereich bleibt und man sagt, man geht jetzt von einer Frischküche aus, das heißt, es gibt auch Personal vor Ort, es gibt eine gewisse Lagerhaltung vor Ort. Man muss auch damit rechnen, dass es natürlich Infrastruktur am Ort bedarf. Dann gibt es abzuklären die Frage, brauche ich nur Verpflegung zu Mittag, eine warme Mahlzeit? Wie viele Speisen sollen angeboten werden zur Auswahl? 1, 2, 3, 4, 5 soll es ein Pizza-Corner geben, eine Sushi-Ecke, eine Salat-Mix-Station? Also Sie sehen, es ist sehr vielfältig. Wie hoch soll der Mitarbeitendenanteil sein? Also wie viel Anteil an den Kosten übernimmt das Unternehmen? Und wie viel Zuzahlung soll der Mitarbeitende aus eigenem leisten? Menschen sind ja gewohnt, für ihr Mittagessen auch zu bezahlen. Das kann sich schon leppern, 22 Arbeitstage mal 10 Euro im Gasthaus ausgeben für Menü plus Getränk. Wenn ich das in Relation zum Durchschnittseinkommen setze, das ist schon ein relevanter Teil. Das heißt, ich kann natürlich als Mitarbeitende da schon auch was beitragen. Ich freue mich dann, wenn ich ein Mittagessen zum Eigenbeitrag von 2, 3 Euro vielleicht bekomme. Da habe ich viel davon. Also, aber um Ihre Frage tatsächlich zu beantworten und hier nicht herumzugehen, ich kann heute Mitarbeitendenverpflegung um einige wenige Euro, das heißt 2, 3, 4, 5 Euro anbieten. Aber es kann natürlich je nach Serviceumfang, wenn ich noch einen Koffee, selbst das Sushi, es ist ja immer eine Mischkalkulation. Weil für das Sushi, das ich heute den Mitarbeitenden zur Verfügung stelle, gibt es die Grautfleckerl morgen. Also, das ist immer eine Mischkalkulation, das funktioniert gut. Und professionelle Caterer, die sich mit dem beschäftigen, also im Business and Industry Catering, die können das schon. Also, die machen einen guten Job und wissen, wie sie damit umgehen, um hier attraktive Angebote zu bringen. Sehr, sehr spannend. Nach oben gibt es natürlich nie Grenzen, aber es gibt viele Mischformen, wo man mir sagen kann, man bietet gewisse Leistungen gestützt an, das heißt, das Unternehmen stützt den Preis des Mittagessens zum Beispiel, bietet aber vielleicht Zwischenverpflegung, so wie wir sie von Bäckereiketten kennen, gefüllte Weckerl, Fruchtsalate, Salate, auch außerhalb der Hauptzeiten an, die dann vielleicht weniger gestützt sind oder gar nicht gestützt sind, aber dafür halt einen fairen Preis haben und keinen High-Street-Preis. Also, Sie sehen, es ist sehr vielschichtig, das Thema. Eine abschließende Frage, jetzt sind wir mit der Zeit schon relativ fortgeschritten, aber eine abschließende Frage möchte ich noch stellen, Herr Fleischmann, und zwar, ab wann zahlt es sich denn aus, eine eigene Betriebskantine zu betreiben? Gibt es da irgendeine Benchmark, wo man sagt, ab 50 Mitarbeiter, ab 100 Mitarbeiter, wo sind wir da ungefähr daheim? Wenn Sie mit Betreiben meinen, dass frisch vor Ort gekocht wird, mit Personal. Das meinte ich jetzt genau, wahrscheinlich ist es eine andere Variante, ich lasse das out of house quasi kommen zum Mittag. Anliefern und Ausgeben, also es gibt ja verschiedene skalierbare Methoden von, ich liefere an und die Mitarbeitenden ihres Unternehmens nehmen sich selbst bis oder über, es wird angeliefert, aber ausgegeben, es gibt vielleicht noch ein bisschen ein Zusatzangebot, Salatbuffet oder Weckerl, also das lässt sich natürlich dann Stufe um Stufe steigern. Und je nach Modell macht Mitarbeitendenverpflegung durchaus auch Sinn, wenn Sie nur einige Dutzend Mitarbeiter haben. Für eine echte Frischküche vor Ort mit einem zufriedenstellenden Angebot, mit einer entsprechenden Angebotsbreite und auch Personal, das Voll- oder Teilzeit hier tatsächlich vor Ort auch kocht, wenn Sie schon von einer Unternehmensgröße sprechen, die über 100 Mitarbeitenden liegt. Wenn es weniger Mitarbeitende sind, dann muss man sich anschauen, wie kann man Konzepte gestalten, dass Sie auch für weniger Mitarbeitende vernünftige Konzepte anbieten können, um denselben Nutzen zu erzielen. Das geht es ja nach wie vor beim Unternehmen. Und können dann, wie gesagt, auch für weniger Mitarbeitende etwas Attraktives anbieten aus Mischkonzepten. Perfekt, das war ein schöner Abschluss. Herr Fleischmann, ich sage herzlichen Dank fürs Kommen zu unserem Podcast. Wir werden natürlich Ihre Informationen, Ihre Links von Optimal Consulting auch in den Shownotes auf YouTube und in der Podcast-Folge auf den ganzen Plattformen, wo wir da ausstrahlen, auch einblenden. Würde mich natürlich freuen, wenn das vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer oder Unternehmer unter euch auch interessant war, dann gerne auf den Peter Fleischmann zukommen. Und ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören bei der Sicherheits-Podcast und bis zum nächsten Mal. Falls dir diese Folge gefallen hat, bewerte uns sehr gerne und teile den Podcast mit deinem Umfeld. Alle weiteren Informationen zu Taurus Sicherheitstechnik findest du in den Shownotes.